Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Es kam was Neues bei mir an. Diesmal in dem Sinne keine Wolle, weil der Adventskalender von Anja kam an. Ich freue mich schon total drauf. Guckt mal, was er diesmal für so süße kleine Tütchen gemacht hat. Leider wird es bei dem Adventskalender eine kleine Planänderung geben. Eigentlich wollte ich mit euch die Tütchen aufmachen. Oder die Türchen besser gesagt, ich wusste ja noch nicht wie es kommt. Und das gleich mit euch verstricken oder verhegeln. Schaffe ich zeitlich diesmal leider nicht. Muss ich gestehen, schaffe ich zeitlich nicht. Wirklich nicht. Das heißt, ich mache mit euch die Tütchen auf. Wir schauen auch zusammen rein. Und das verhegeln und verstricken, das machen wir später. Weil ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es wirklich nicht. Dieses Jahr läuft ein bisschen, ich sage jetzt mal alles durcheinander, es läuft schief. Und das gefällt mir gar nicht. Und dafür könnt ihr nichts. Ich kann da eigentlich auch nichts für. Eine Lawine ist gerade gekommen. Nichts Schlimmes. Und das muss jetzt erstmal alles geregelt werden. Positiv. Ich habe viel daraus gelernt. Auch aus dieser Lawine. Ganz, ganz viel. Und ich werde das dann auch im nächsten Jahr in Angriff nehmen und werde mich dann da von gewissen Kooperationen lösen. dass das einfach nicht so viel überhandelt. Und dass wir dann auch mehr Zeit haben für unsere Sachen. Weil viel, was jetzt für diesen Herbst und Winter geplant war, kann ich leider nicht umsetzen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Durch diese Lawine. Aber das kriegen wir alles hin. Wir müssen leider viel, viel, viel dann auf nächstes Jahr verschieben. Und ich sorge dafür, dass hier wieder Ruhe einkehrt. So, also ihr wisst Bescheid. Wir machen das zusammen auf. Aber verarbeiten tun wir später. Ich freue mich jetzt schon ganz gewaltig drauf. Vor allem dieses Foto hier. Das ist ja wohl... Der ist dicker, der passt ja wohl sowas von zu mir. Guckt mal mit der Kaffeetasse. Also ich freue mich schon ganz doll drauf, mit euch das hier auszupacken und so weiter und so fort. Aber das Verarbeiten müssen wir leider auf später verschieben. Gut. Dann fangen wir am ersten an und schauen rein. Ich bin schon ganz gespannt.